Ich bin noch hier in Sturmwind, von unserer Aufzeichnung eben, unser schönen Sturmwind. Achso, wenn ihr euch wundert, warum das hier alles so... Ach ja, das sollten wir vielleicht noch erklären. Die andere Hälfte der Belegschaft, oder vielmehr alle anderen außer wir, sind auf einem Dreh und haben alle Stative, alle Kameras bis auf eine und alle Lichter mitgenommen. Das heißt, wir haben jetzt hier nur so Bauleuchten, die mir in die Auge, die Netzhaut wegbrennen und ich gucke auch immer wieder rein. Und deswegen ist das alles so ein bisschen provisorisch. Also die Kamera steht jetzt halt auf so allen Boxen, die wir finden konnten. Ja, wir haben heute einen ziemlich großen Dreh und da muss halt echt das ganze Equipment ist da mitgegangen. Ich bin schon froh genug, dass ich mich um den Dreh drücken konnte, weil ich heute mit Anne streamen muss. Das ist viel wichtiger als richtig arbeiten. Das ist ja auch arbeiten. Ja. Ja, ich hatte gedacht, entweder machen wir LFR oder HEROS. Ich guck mal, was steht bei LFR noch so offen. Eigentlich ist das nicht arbeiten, sondern mehr ARC-Walken. Was? Egal. ARC-Walken. Wie sind da die Mehrzahl von? Anne. Was willst du denn überhaupt sagen? Ja, nein, 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 nein. Nichts. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. So. Also wir können das alles hier wieder machen, diese schweren alten Sachen, weil da habe ich keine ID für. Du konntest erst mal gucken, ob du Leute zusammenkrießt fürs LFR um die Uhrzeit. Wird vielleicht schwierig. Dacaska, vielen Dank. Ich hab noch nicht so viel gegessen. Ich muss auf meine Figur achten. Ich hab schon ein paar gegessen. Anne, Anne muss ja auch auf ihre Figur achten. Die wird sonst fett und schwabbelig. Nein, muss sie nicht. Anne könnte tatsächlich die ganze Box alleine essen und man wird nicht einen Gramm mehr sehen. Aber Jochen und ich, wir müssen, wir genießen das. Anne frisst? Nein. Okay, Entschuldigung. Sehr lecker. Vielen Dank an der Stelle. Ich mag am liebsten die Thaler, die goldenen. Ja. Hervorragend. Ihr seid etwas leise wird angemerkt. Eigentlich gebe ich gut Saft raus, muss ich sagen. Ich kann noch ein bisschen mehr Saft geben. Ich will aber auch nicht, dass wir übersteuern, wenn du gleich wieder so rumschreist, weil du ja immer so gerne raged. Ich halte mich so zurück, die Leute wissen gar nicht, wie ich wirklich bin. Ich bin hier lieb, nett, zurückhalten und vorsichtig. Ja. Ich zeige nicht mein wahres Ich. So, ich glaube, mehr kann ich fast nicht geben. So ist besser, sagt klein Kathi. Das ist gut. Und Thomas gibt gut Saft ist jetzt ein neues Zitat. Ja, Thomas gibt gut Saft. Wenn wir um 19 Uhr heute Feierabend machen müssen. Termine. Ihr kennt das. Termine, Termine, Termine. Weil irgendwas heißt denn Feierabend machen müssten. Wir haben ja regulär bis 18 Uhr. Das haben die Leute scheinbar auch noch nicht so gehört. Ach so. Weil die immer denken, wenn wir dann kurz vor 20 Uhr schon aufhören, so, oh, warum hört ihr denn so früh auf? Wir haben ja eigentlich nur bis 18 Uhr Arbeitszeiten. Ja, aber wir machen das ja. Wir wollen ja nicht rumheulen. Nein. Nee, ich wollte nur sagen, dass das halt eh dann drüber ist. Und dass das nicht böse gemeint ist und wir wollen euch auch nicht zurücklassen. Aber manchmal passt das halt nicht anders. Genau. Weil auch ich habe Familie und Freunde. Anne nicht so. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht flamen. Doch. Alle deine Freunde sind quasi meine Freunde. Das ist ja klar, ne? Ja, alle, ja. Ja. Sonst bin ich doch ein bisschen traurig. Ich melde mal hier so eine Gruppe und ich gucke, wer sich finden lässt, oder? Mach mal so eine Gruppe, ja. Die nenne ich auch wieder SGTV. Nein, ich habe mich verschrieben. SGTV, so rum. Und sage Mindeststufe 100. Das ist nie verkehrt. Mal gucken, wer so da ist. Wird angemeldet. Dauert das immer so lange? Nein, jetzt geht's. Nee, ist ein bisschen laggy. Magst du mir mein Lippenzeug geben? Ich wollte das eigentlich noch machen, habe es jetzt aber vergessen. Soll ich werfen oder traust du erst zuzufangen? Ich werfe es auf. Nee, nee, nee. Lieber nicht. Muss ich jetzt aufstehen? Ja, wäre cool. Ach. Oh, guck mal, wir haben da schon einen Tank. Den nehme ich mal mit. Du brauchst die Gruppe ja diesmal nicht voll machen. Das reicht ja, wenn du so ein Paar mitnimmst. Ja. Soll ich machen, Anne? Ich mach das vielleicht selber. Also ich mach ihn wieder zu. Der riecht sehr gut, muss ich mal sagen. Ja, die sind alle. Die haben auch so, also das ist ja jetzt eher feminin in rosa. Also die gibt es auch in blau und grün und das sind dann eher so Minz-Sachen. Achso, hast du da auch eine eigene Koalition zufällig? Nein, leider noch nicht. Aber die dürfen, Schmeos darf gerne mal auf mich zukommen. Schmeos? Wie heißen die richtig? Eos. Eos? Kann man mittlerweile bei Schuhglas erwerben. Ja, du hast übrigens die Mindeststufe ist ja immer der GS, nicht die Stufe. Aber wird schon, du siehst den GS ja auch. Ach, ich dachte tatsächlich, das wäre das Level. Ne, ne, ist immer der GS-Score. Thomas und Anne Flirt-Show wieder. Ja. Heute legen wir uns richtig. Ja. Heute extra. Ja. Achso, Sabazan schreibt es auch. Das Game ist unscharf? Das kann gar nicht sein. Also wir haben nichts verändert. Alles ist cool. Bei mir ist das Game richtig scharf. Also jetzt nicht Full-HD, Overpower 4K, aber schon geil. Werben ist mir völlig egal. Thomas, kann man das Bild schärfer machen? Also das Game? Habe ich doch gerade darauf geantwortet. Also es wird ja direkt vom PC abgegriffen. Da kann man ja jetzt nichts mit Kamera ändern, ne? Ne, es könnte sein, dass ich mit Interlaced reingehe, aber das eigentlich auch nicht. Also eigentlich war... Ich weiß es nicht. Wie viele Pixel sind in Full-HD, Overpower 4K? Zwei. Ein roter und ein grüner. Und wenn man so eine alte 3D-Brille aufsetzt, dann wechseln die Farben. Kommen da noch Leute? Ich weiß nicht. Wie viel hast du denn schon? Ein Tank und drei DDs. Dann lad doch den vierten DD auch noch ein. Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte nichts Böses sagen, aber Hexe habe ich vom letzten Stream im Hintergrund, dass über die diskutiert worden ist. Und man diskutiert ja eigentlich nur über Leute, die sich was zu Schulden haben kommen lassen. Yes, Sir. Dann kannst du aber... Ah, guck mal, hier noch einen. Ja, immer rinnen mit den Leuten. Und bei Lötenklecker würde ich glatt sagen, der Name, das könnte der Schurke vom letzten Mal sein, der hieß irgendwas mit Speichel oder so? Ja, dann lass ihn draußen. Wenn du dir unsicher bist, musst du dich nicht rechtfertigen. Dann lass ihn einfach draußen. Also, es geht ja auch darum, dass wir Spaß haben und nicht... Genau. Und dann habe ich halt lieber so meinen kleinen Trupp dabei, wo ich weiß, das sind liebe, nette Leute. Das können natürlich auch Twinks von denen sein, das weiß ich natürlich immer nicht. Lötenklecker heißt der. Ja, und der hieß... Also, der Schurke hatte so einen Namen, der war wirklich in dieselbe Kerbe, ging da rein. Und der war auch nicht so richtig nett. Mach wie du willst. Ich bin hier nur... Ich warte nochmal. Ihr dürft gerne online kommen, dann könnt ihr mit... Müsst ihr mit, wie man es nimmt. Ich bin... Oh, der Tank hat auch nur einen Gearscore von 149. Ja gut, dann ist das wirklich die Stufe. Ich dachte halt, es wäre das Level und nicht der Gearscore, den man da angeben muss. Dann ist der auch ein bisschen... Selbst wenn es nicht der komische Schurke vom letzten Mal ist, ist der Gearscore vermutlich nicht hoch genug, um LFR zu melden. Ich kenne mich da nicht aus, aber... 100 scheint zu wenig. 149. Er könnte, glaube ich, nicht mal die Luft in deren Stanz atmen, ohne zu platzen. Schusi Berlin, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Du kannst ja noch ein, zwei Mal aktualisieren. Dann melde einfach an. Es reicht ja auch, wenn ihr 5 seid. Wenn ein Tank dabei ist, geht es ja auch schon 10 Mal schneller als Montagmittag. Du kannst als DD noch mitkommen, Slider. Sehr gerne. Hast du eigentlich Musik oder so? Ob ich Musik höre? Ja, in der City. So ruhig im Hintergrund. Also eben habe ich die Kirchen gehört. Ah, okay. Alles klar. Die Kirchen. So. Schön. Verdecke mal deinen Chat. Ach so. Ja, ich bekomme Vorde von Nethelos. Nethelros. Das ist unser DK, der jetzt auch als Tank mitkommt. Von dem habe ich ganz, oder vielmehr wir als Gilde, haben ganz, ganz viel Netherstofftaschen bekommen. Twinks dürfen sich das gerne rausholen. Ach so, das ist das, was du mir vorhin gezeigt hast. Jetzt schnall ich das erst. Kann dann jeder drauf zugreifen? Also ich habe das bis jetzt gemacht, dass schon sehr viele Offizier sind. Ich kann natürlich ein, zwei Übersetz übersehen haben. Ja, nee, dann ist ja alles okay. Aber eigentlich müsste immer wer da sein. Ja. Oder? Guck mal, da hat wieder jemand was geschrieben und den Namen vertauscht. Anne ist total hübsch. Da müsste mein Name stehen. Was ist da los? Ganz ehrlich. Okay, hier wird gerade gesagt, das mit Hexe muss ich vertauscht haben. Okay. Dann lade ich die doch ein. Dann tut mir das leid. Ich wollte kein Namecalling machen und dann stimmt das nicht mal. Bloß, man hat ja mal so negative Leute dabei. Und naja, da ist man dann halt versucht, die nächstes Mal nicht da mitzuhaben. Aber ich könnte sie mir ja auch aufschreiben. Wenn heute wieder jemand negativ auffällt, habe ich hier jetzt Zettel und Stift, dann schreibe ich die einfach auf. Dann kommen die gleich ins Klassenbuch. Genau. Eintrag. Aber ich habe natürlich hier nur wieder Kugelschreiber, die nicht gehen. Ich hätte hier einen. Soll ich mal rüber? Nein, mein roter bleibt an meinem Platz. Okay. Den suche ich sonst. Okay. Sorry. Wenn jetzt niemand kommt, würde ich einfach mal LFR anmelden. Thomas, hast du gehört, was Mama Anne gesagt hat? Ach so, Mama Anne. Ich dachte, deine Mama hat wieder irgendwas, habe ich gesagt. Ja, habe ich gehört. Ich bin artig. Ja, ich mache hier mal abmelden. Dann machen wir mal eine Runde. Vielleicht kommt ja dann noch jemand dazu. Ja, mache ich einfach. So, ab wann ist es denn überhaupt? Das siehst du. Und zwar für die davor, für Heimmoll gibt es nur 75. 75. Denn es heilen des Blutes schon. Das auch. Da, ab da. Dann fangen wir hier doch mal an, damit wir die einmal von vorne haben. Genau, ja. Darf man erfahren, wie alt dann Anne eigentlich ist? 15. Das kannst du so nicht sagen. Wir dürfen keine Praktikanten nehmen, die 15 sind. 18. Gut gerettet. Danke. Thomas, wie lange hast du gebraucht, um den Titel Schreck in der Meere zu bekommen? Äh, tatsächlich sechs Wochenenden waren es, glaube ich. Das Problem war, dass es noch auf dem PvP-Server war. Welchen Titel? Schreck in der Meere? Ja, Salty, genau. Da musst du den Angelwettbewerb in Strangathon gewinnen. Ach so, ja. Und ich hatte halt so drei, vier Truppen, die alle Allis, die auch geangelt haben, genutzt haben. Und ich als Hortler, die eigenen Hortler konntest du ja nicht. Weißt du, da habe ich dann Leute geholt, die die genervt haben und dann so richtig asozial. Und auf deren Pose rumgesprungen sind und so. Und dann habe ich es halt gewonnen. Aber es war richtig knapp. Ich habe das in dem Moment abgegeben. Da kam schon ein anderer angelaufen, der dann nur Zweiter geworden ist. Du hörst mir gar nicht zu. Ich höre dir zu. Ah, nee, ignoriert mich immer. Was hast du gesagt? So. Durchschnittlich Wartezeit nur 19 Sekunden. Das halte ich ja für gelogen, Herr Blizzard. Was ist da los? Können wir was Spannendes tun oder zeigen, während wir warten? Äh, ja. Was denn? Du könntest zum Beispiel angeln. Das macht Balu ja immer ganz gerne, wenn wer wartet. Kann ich hier in Sturmwind angeln? Was ist das denn für eine Frage? Also ja, kann ich, aber macht das Sinn vom Skill her? Du kannst überall mit Skill 0 anfangen. Das haben sie geändert. Ich will hier so ein nettes Boot haben. Sehr gut. Anne, kann man WoW auch ohne Add-ons gut spielen? Also ohne die Erweiterungen oder die Spiele? Also hier solche Hilfen? Ich weiß auch nicht, was von beiden er meint. Und ich glaube, wer meint die Add-ons tatsächlich? Also die UI-Add-ons etc. Also gut ist halt relativ, ne? Ich weiß, dass es in meiner letzten Gilde gab es Leute, die haben darauf geschworen, wirklich bis auf Re-Count eigentlich nicht zu haben. Ja. Ich finde, sie machen aber einem das Leben leichter und das Design ist auch einfach schöner, weil zum Beispiel so diese Blizzard-Klassik-Leiste, die man da unten dann hat, mit der komme ich nicht so klar. Ich hatte früher zu alten Zeiten, ich glaube es war Lich King, habe ich tatsächlich auch fast ohne Add-ons gespielt. Da habe ich auch viel PvP gemacht aus Performance-Gründen. Weil mein Rechner einfach nicht stark genug war. Und deshalb so. So, wir haben eine Spende. Oh. Und zwar, der Klosterboy gibt uns einen Euro und schreibt, hier bitte Anne, bestes WoW-Let's-Play überhaupt, kann man in die Gilde. Liebe Grüße. Danke dafür. Und ja, man kann in die Gilde, wenn du auf Zirke bist oder die Todeswache sind, glaube ich, unser Partner-Server. Ja, genau. Da müsstest du halt drauf sein, dann kann ich dich einladen. Oder halt auch eigentlich jeder andere, weil ich versuche, allen Leuten auch Offizier zu geben. Ja. Damit... Wie heißt die Gilde? Die Gilde heißt, lustig alles looten. Lal. Lal. Damit wir auf die Abkürzung kommen. Ja, okay. Ohne Add-ons heilen würde ich, glaube ich, heute nicht mehr. Das ist mir doch zu nervig. Aber ansonsten... Ich finde ja auch Blizzard Vanilla, das darf man ja hier eigentlich nicht sagen, aber Georg hört ja gerade nicht zu, gar nicht so überhässlich. Also es ist natürlich Altbacken und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie sehe und denke, alter Schwede. Ich habe schon zwei Punkte in Angeln bekommen. Nice. Aber ich kriege hier halt nur diese Deppenfische. Ich hätte vielleicht einen Drano angeln sollen. Du kannst auch bei dir in der Garnision angeln. Ja, dann mache ich das doch mal. Ja, aber da kriegst du dann halt nur Stöcker und so, aber das macht nichts. Da kannst du auch das Rezept dann gleich angeln, dass du es auf 700 hoch hast und so. Angeln ist toll, Angel. Ja, mal ist das auch so ganz nett zwischendurch, aber... Oh, hier wird gesagt, Anne macht die Gruppensuche noch mal wieder aus. Werden wir denn raufgehauen? Ja, werdet ihr. Aber lohnt sich das denn noch mal? Sind genug Leute da, dass sich das lohnt? Dafür jetzt noch mal unseren wertvollen Platz in der Warteschlange aufzugeben. Na gut, einmal machen wir es noch. Okay. Weil ihr es seid. Ihr süßen Zuckermäuschen. Gegenstand Stufe 100 steht halt wirklich da. Dann mache ich hier noch mal... Ist egal, ist doch... Die Leute wissen ja, die suchen ja eh nach SGTV. Nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh nein, oh nein, ich mache alles falsch. Gruppe erstellen da. Was gebe ich da denn ein? 680 oder so? Ja, genau. Ach, weil ich selber das nicht mal bin. 630? Ja und? Ich möchte mir halt starke Leute suchen. Was ist da falsch? Das finde ich völlig okay. Achso, ja. Du kannst natürlich auch mehrere Teile anmelden. Nicht nur den einen. Achso. Ja, das geht auch. Da sind noch zwei, genau. Ihr dürft mich natürlich gerne in meiner Garnision besuchen kommen. Aber man angelt mir jetzt nicht meine Fische weg. Aber da sieht man nicht viel. Die ist noch nicht so doll. Nicht so doll wie meine. Sorry. Guck mal, jetzt haben wir noch mal drei mehr. Jetzt glaube ich, kannst du noch mal anmelden. Kennst du die Höhle unten rechts? Nee, ich glaube nicht. Also meine Mine kenne ich. Ich spring mal rechts ins Wasser. Hier? Naja, ja, um die Ecke da. Das unten sind da auch, du hast doch jetzt Handynotes drauf. Ja. Bei dir in der Garnision sind auch das... Ach, ich dachte immer, das ist oben drauf und ich habe mich schon gewundert, wie ich da hinkommen soll. Ist es denn okay, wenn man in Laien mit Trinks beitritt? Ja, selbstverständlich. Wir sind keine Progress-Gehürde. Nein, das ist nur zum Spaß bei uns. Schatz, GZ. Danke. Nee, das wusste ich hier nicht. Oh, guck mal, da hast du noch drei und dann kannst du ja noch mal anmelden. Dann können wir noch zwei Heiler. Dann mache ich jetzt abmelden. Ist das okay, Leute? Eins, zwei. Jetzt flirte ich auch schon mit dem Chat. Okay. Thomas, beherrsch dich. So. Hier. Jetzt gehe ich raus. Gruppe abmelden. Ich überlege ja gerade, ob ich an den anderen Rechner rübergehe und auch mitgehe. Aber nein, mache ich nicht. Ich will so ein bisschen den Chat im Auge behalten. So. Jetzt mache ich hier aber. Die melde ich an. Genau. Und die nächste. Ja, du musst noch mal warten. Da hat noch nicht jeder die Rolle ausgewählt. Ach so. Du musst noch mal drücken. Genau, da bist du jetzt drin. Ja da, untersuch dieses Geräusch. Und da noch mal, ja. Genau, ein Riesentanzbär. Nudeln mit Ketchup, mh, auch ein schöner Gehtename, nicht schlecht. So. So, jetzt muss ich auch ein bisschen hier zur Seite, damit ich angle. Oh, gut. Dann gehe ich später angeln. Toll, jetzt muss ich heute Abend wieder alleine. Thomas liebt Chat, Chat, liebt Thomas. Das ist okay. Kamera-Winker. Wie spackig dieser Wehr aussieht, Mann. Ich habe Bauchschmerzen, Anne. Musst du mal pupsen. Ja, das mache ich. Mach ich gleich mal. Oh, jetzt machst du die Hose auf. Ich mache sie nicht auf, ich mache sie locker. Hör auf, mir da so hinzustieren. Ich glaube, es hackt. Du hast den Monitor ja noch höher gestellt, dass ich auch dein Gesicht nicht sehen kann. Irgendwo muss ich ja hingucken. Ja. Ich weiß. Da gucken alle Frauen gerne hin. Oh. Oh, mein Kabel war ja zu sehen. Ja. Meins auch. Oh, Anne, du hast heute wieder bezaubernde Fingernägel. Darf ich das sagen? Ja, die sind blau. Ja. Sehr schön. Die gab es letztens, äh, 13 Preis für zwei bei, äh, DM. Von Manhattan. 13 Preis für zwei? Was ist das für eine Sprache? Also, ich durfte mir drei Nagellacke aussuchen, musste aber nur zwei bezahlen. Habe ich es falsch rum gesagt? Nein, hast du nicht. So, Leute, ihr kriegt den Gorilla von mir. Gib mal ein paar Assis in der Gruppe. Ach so. An die Tanks. Ähm. Wen gebe ich denn noch ein? Hier, meine beiden Lieblingsdikars. Habe ich jetzt zwei Assistenten, konnte ich wen ja. Weil es heißt Hauptassistent. Ja, ja. So. Das ist nur, damit die halt auch Totenköpfe und so verdödeln können. Wo schieße ich denn da hin? Was soll das denn? So, erstmal, hallo, lieber Raid. Wer jetzt noch dazu gekommen ist. Ach, die hören mich ja dann auch nicht, ne? Ich bin Anne. Na klar hören die dich, wieso hören die dich nicht? Mein Name ist Geronimo Röder und ich wohne jetzt hier. Ich habe gerade eben beim Mittagessen, da habe ich Olli Schulz zu Besuch bei Visavi gesehen. Ja. Kann man sich wirklich gut kämen. Solltest du auch mal gucken. Bei Visavi habe ich doch schon mal was geguckt. Wer war denn da? Da war Serdar. Den habe ich glaube ich nicht geguckt. Schwester Eva, Alligator. Dann habe ich das vielleicht geguckt. Ja. Ich habe keine Übersicht, ich hoffe ihr verzeiht mir. Ja, das ist jetzt eh, der Trash am Anfang ist eigentlich nur nerviges hin und her gelaufen. Beim Boss, glaube ich, musst du halt ein bisschen gucken, wo du hinläufst, aber da gibt es eigentlich auch nicht viel zu beachten. Okay. Im LFR kommt man ja meistens eh durch alles irgendwie durch, ne? Ja, genau. Da haben wir gar keinen Gegner hier mehr stehen lassen. Der Kloster war ja nochmal ein Euro gespendet. Lädst du gleich mal danach... Achso, dann lädst du gleich mal danach in die Gilde ein. Am besten, wenn ich hier einmal durch bin, anwispern. Ja. Das sehe ich dann einfach besser als das so jetzt. Ach ja, White Hits, die waren auch da, genau. Das habe ich auch nicht. Ja gut, die kenne ich tatsächlich. Da kenne ich nur den Namen. Ich habe mir noch nie von denen was angehört. Ne, ich auch nicht. Aber ich habe mich auch gefragt, was das soll. Aber gut, sie muss halt auch so ein bisschen gucken, wo sie die Reichweite herkriegt. Klar, also das meine ich auch gar nicht böse, wenn du dir die dann einlädst. Aber das ist halt so, die waren ja mit in Deutschland die ersten, die wirklich groß waren. Und zu denen habe ich einfach keinen Zugang gefunden. Aber vielleicht bin ich dann auch schon zu alt. Ja. Ohne das Böse zu meinen, aber ich bin auch zum Beispiel, ich mag sehr gerne vom Menschen her, soweit ich das halt beurteilen kann als Zuseher, finde ich zum Beispiel LeFleud auch ganz, ganz nett und witzig und großartig. Aber seine Videos sind mir zu schnell. Das finde ich total anstrengend und ich finde es schwer, dem zu folgen. Ja, ja, da, den habe ich tatsächlich, glaube ich, zweimal auf irgendeinem Event gesehen. Kenne ihn aber auch nicht und man muss auch sagen, das ist, ich bin halt nicht die Zielgruppe für das, was er macht. Es ist halt überzogen, es ist schnell, gut, es ist auch jetzt witzig und für die Zielgruppe sehr gut produziert, sage ich mal, aber es ist jetzt auch nichts, was ich mir angucken würde. Ne, er macht da seine Arbeit und die macht er vernünftig, aber da sind wir halt raus. Oh, wer schreit denn hier so? Martak und Berserker. Bulliger Berserker. Das sind mir die liebsten Berserker. Oh, alle gehen da oben hoch, dann gehe ich da mit. Genau, erst nach rechts und dann gleich nach links. Ach, ich dachte, das wäre jetzt nur so ein kleiner Vorboss und das wäre alles ein bisschen schwieriger. Was sagt der Chat denn so? Coldmirror war VYT die groß, das stimmt, aber Coldmirror hat sich halt nicht auf die Art und Weise vermarkten lassen. Ne, die war da eher zurückhaltender und dadurch. Genau, hat sie halt, also was ich auch völlig okay finde, soll ja jeder machen, wonach er sich fühlt. Aber sie hatte natürlich letztendlich nicht die Reichweite gehabt, aber sie war, ja weiß ich nicht, ist mir auch egal, wer auf YouTube zuerst groß war. Ich würde sie auch gar nicht so als YouTuberin sehen, sondern sie vielleicht fast eher schon auch, wenn es so ein bisschen abgedreht ist, schon eher als Künstlerin. Ja. Ja, VYT die hatten doch auch so ein komisches Lied, oder? Die haben doch ständig Parodien gemacht. Ach so, das weiß ich nicht. Es gab nur ein Lied, weil das auch in den Charts dann tatsächlich war? Das weiß ich nicht. Ich bin ja auch nicht so der Chartbreaker. Syrien ist im Chat. Ganz, ganz toll, schreibt er. Da wollte er gerade eine Runde StarCraft gucken. Kann er doch auch machen. Er muss ja jetzt nicht nur uns gucken. Doch, ich finde schon. Also ich finde, unter Freunden sollte man... Jedem Stream gucken. Syrien, wenn du streamst, würde ich mir auch alles angucken. Denk mal drüber nach. Jetzt streamt er gleich, nur aus Trotz, damit du das jetzt gleich gucken musst. Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe zu viel gegessen. Ich werde gefahrt. Jetzt habe ich auf den Stream geguckt und habe hier gar nichts mitbekommen. Aber ich glaube, es geht alles gut noch. Ich habe hier Akku. Ja. Kissenlock nimmst mir immer so ein bisschen die Sicht. Genau, die Viecher killen. Genau. Also die verwandeln sich dann irgendwann. Die müssen dann weg. Gehört das schon zum Boss oder zählt das noch davor? Das gehört schon zum Boss. Okay. Genau. Gehst du mit aufs Moped? Ja, das kann ja nichts. Ja. So, mal ein bisschen Fokus hier wieder. Werden Sie kalt erwischen. Ah, wischen. Mopeds haben Priorität, nehme ich an. Wenn die hier so rumknastern. Ja, oder die Metamorphose dahinter. Ach so. Ja. Ja. Was ist das? Das nimmt ja gar kein Ende hier. Nee, nee, das ist... Mein Bauch. Jetzt so ein kurzen wäre gut. Was denn? Ein? Kräuter. Ein Obstler? Ja, nee, nicht Obstler. Was mit Kräutern. Ein Jägermeister? Nee, nicht was Leckeres. Was Ekliges. Wie hießen die denn noch? Die gibt es immer bei Sky an der Kasse. Ach. Ohne Kamp. Holst du die immer für Jochen? Oh, jetzt stehe ich hier genau in einer Bombe drin. Das ist ja nicht gut. Magenbitter, genau sowas irgendwie. Geh einfach kacken. Okay, ich lasse das Mikro an, ja? Bitte nicht. Obwohl, ich höre es hier ja nicht. Ich habe ja keinen Sound zur Kontrolle. Das Licht im Studio hat nachgelassen, ja. Wir haben heute ein Notfall-Set. Oh, wir haben es geschafft. Ja, du kannst mal das Moped auf seinen Tanzbären da raushauen. Das ist ja unfair, den anderen. Hat das jetzt geklappt? Nee. Wie mache ich das denn? Ja, du musst Ausschlusswahl nehmen. Ja, aber dann passiert das. Ja, ist schon weg. Ach so. Die anderen müssen dann ja abstimmen. Ach so. Ich dachte, ich muss noch was dazu angeben. Nee, nee. Nee. Bleib mal hinten. Oh, ich weiß warum. Hallo zusammen. Ich habe gerade eine Mail von der lieben Anne bekommen, dass ich beim Halo-Gewinnspiel gewonnen habe. Ich habe mich riesig gefreut. Vielen lieben Dank schon mal. Ja, sehr gerne. Deine Adresse brauche ich noch, sonst wird das nicht. Ja, die schickst du der Anne zurück. Und ganz liebe Grüße ans ganze Team, ihr seid klasse. Dankeschön. Ach, weil du hast von alleine aufgehört zu wibbern. Das finde ich sehr gut. Ja, weil der Schmerz im Bauch auf einmal wieder da war. Der lenkt dich vom Wibbern ab. Ja. Heißt das aber nicht, dass du mir jetzt regelmäßig im Bauch schlagen musst. Doch, das mache ich jetzt, natürlich. Ein Schmägermeister. Dabei auch. Bestimmt. Ich habe euch gewarnt. Ah, 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 ah. Das hört sich auch immer an, wie das, dieses Tröten, wie aus der Schmägermeister-Werbung. Mhm. Da gab es nicht mehr größeren Aufschrei, als wir über YouTuber geredet haben. Da hätte ich ja gedacht, da kommt eine größere Diskussion zustande. Nö. Okay. Hast du kein DBM drauf, doch, ne? Ich glaube, das müsste standardmäßig ein 11-UI mit drin sein, oder nicht? Ich weiß nicht, was ist denn da oben? Eiserner Hescher beginnt Sperrfeuer zu setzen, oder ist das von WoW schon standardmäßig? Das könnte auch standardmäßig sein. Aber gut, du bist ja eh nur Jäger. Das heißt nur, du bist ja Jäger. Du brauchst da ja jetzt... Oh. Da hätte ich vielleicht ausweichen können müssen? Er nimmt dich wieder mit zurück, ne? Also der slidet so hin und her. Wenn du drin bist, bleib ruhig stehen, dann kannst du weiter Damage machen. Okay. Also was können die eigentlich gegenheilen? Achso, DBM ist tatsächlich nicht dabei bei FUI. Oh, dann muss ich mir das natürlich mal holen. Ach, daran liegt das. Das ist ja peinlich. Das ist ja... Sonst wäre ich ja so gut. Ultra peinlich. Ich mag YouTube nur so einen Channel, der heißt Supergames.TV. Anne Down. Anne Battle Rescue. Oh, ihr müsst jetzt aber nicht eure Battle Rescue. Alles auf mich verwenden. Also nur... Glaube ich sinnvollere Sachen. Immer schön aus dem Feuer raus. Ja, das weiß ich, aber ich bin da trotzdem blöd reingelaufen. Nee, raus musst du, nicht reinlaufen. Ja, aber da war noch ein zweites, direkt daneben. Ja, ich treu dich doch nur. Witzbold. Ey, der Thomas wieder, ne? Ey. Hält sich für so witzig. Ey. Oh. Der ist doch bestimmt auch gleich tot. Ja. Lohnt doch gar nicht mehr, noch was zu machen. Jetzt will er da noch fliehen. Ist das die deutsche Stimme vom Joker schon wieder? Das sind hier ja bald nur noch Sachen. Ach, die Bomben kann man jetzt kaputt hauen? Machen wir das doch mal. Ja, kann man eigentlich immer. Oh, oh. Das sieht so aus, als ob man hier raus muss. Mhm. Uah. So, jetzt ist aber auch hier gut, mein Freund, ne? Druck. Mach Druck. So. Endlich. Loot, loot. Oh, ich hab was bekommen. Ich halte hier die Stellung. Eine Quest für den Hafen. Und Armschienen. Die sind doch besser, würde ich sagen. Ja. Zum Glück ist morgen Wochenende. Morgen ist erst Freitag. Morgen Abend. Okay. Das ist Wochenende. So, ich guck mal nebenbei auf Flirtbörse, ob mir schon jemand geschrieben hat. Auf wie viele Flirtbörsen bist du ja mittlerweile schon angemeldet? Äh, auf zwei nur tatsächlich. Ach so. Du redest immer davon, als wären es 50. Ja, nur ich hab Zulauf, ne? Was soll ich sagen? Ja, aber so viele Singlefrauen gibt's doch gar nicht, als dass man 50 Singlebörsen bestücken könnte. Äh, doch. Ja, nur ich hab Zulauf.